Das tut mir jetzt aber nicht leid. Das geht jetzt noch mit der Zielmarkierung besser. Weil ever das Feuer gefällt hat. Unser Stützpunkt wird angewiesen. Kommt sequent aktiv. Feinde Keynes. Sie sollen brennen. Lau abgeschossen. Steuerung aktiv. Ein weiterer Obelisk. Ich warte. Avatar. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Die Bruderschaft vertraut. Einheit wird angegriffen. Ich warte. Die Bruderschaft vertraut. Stealth Einheit geortet. Um zu reichen. Waffennot. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Angriff. Sammler wird erledigt. Nein. Reparatur läuft. Die rücken so beschissen. Stell mir Truppen an. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Finde ich überhaupt nicht cool hier. Gut. Ich glaube da brauche ich einen komplett neuen Lösungsansatz. Luftabwehr um die Lufttruppen abzuhalten. Und was mache ich dann da vorne? Obelisk. Reichen ja anscheinend nicht. Ich könnte natürlich versuchen eine Avatar-Armee oder eine... Ja gut. Avatar-Armee ist Self-Panzer-Armee. Avatar-Armee aufzubauen. Übernehmen sie Killians südlichen Stützpunkt indem sie die Kommandozentrale und den Bauhof erobern. Ihre Saboteure müssen überleben. Was gibt es? Ich kann ihnen helfen. Avatar. Räume Wegweite. Feindliche Basis in Sicht. Vorwärts. Endlich. Einheit wird angegriffen. Der nächste. Angriff. Aufschlagen. Eliminieren. Aufschlagen. Damals. Erledigt. Erledigt. Wenn es nahe genug ist für die Flammenwürfe ist das abschäglich. Solverisiert. Weil sonst benutzt er den Laser und das ist halt in manchen Situationen leicht ver fieldlich. Das ist immer bereit. Initialisiert. Soviel dazu. So, das wird erstmal gesprächert. Nordexperiment speichern, ja. Kennen wir? Wie gesagt, erstmal Luftopfer. Das ist gerade vorrangig. Und wer das über unsichtbar macht. Machen können. Neues Bonusziel. Die Plünder, da werde ich knicken können. Fürchte ich. Ich warte. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Baut. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Stealth Einheit geordnet. Feindliche Einheiten in Sicht. Reparatur läuft. Soviel dazu. Soviel dazu. Hups. Ich warte. Ich warte. Räume dich frei. Gut, damit hätten wir das. Äh, das ist die Frage natürlich. Schaffen wir das alles? Ich kann helfen. Jetzt bräuchte ich Kohle, die ich nicht hab. Betriebsbereit. Ich weiß genau, wenn ich rausgehe, hab ich Arsch gehabt. Das Ding ist aber schon nicht schaffig, dass ich dann da drüber mit... Doch, da hätte ich keinen Luftdruck für. Doch hier ist welche, aber nicht direkt drüber. Reparatur läuft. 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 Viel zu wenig Ressourcen. Mist. Initialisiert. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliches Kommando entdeckt. Tiberiumfeld abgebaut. Komm, nah genug Rant, damit einer Flammen werfen. Braav. Waffen initialisiert. Ja. Avatar bereit. Avatar. Feindliche Einheiten in Sicht. Unser Stützpunkt wird heilwerfen. Stealth-Einheit geordnet. Feindliche Einheiten in Sicht. Das muss ich nicht lassen. Reparatur läuft. Naja. Oh nein, der Sammler löst das raus. Egal, ich pfeife es auf die Konosziele. Stealth-Einheit geordnet. Sammler wird angegriffen. Sammler verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich warte. Häufig aber nicht pfeifen kann, dass ich hier irgendwas verliere an Land oder Truppen. Feindliches Kommando entdeckt. Rappen initialisiert. Einheit wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Feindliche Einheiten in Sicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Stealth-Einheit verordnet. Aufwand. Eliminieren. Avatar bereit. Zerstören. Einheit wird angegriffen. Das könnten wir brauchen. Ha ha ha. Steuerung. Aktivierung. Feindliche Einheiten in Sicht. Räumen wir auf. Aufwand. Der nächste. Nicht der erste. Nicht der erste, oder? Der Stützpunkt wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Sammler wird angegriffen. Die Reife an. Vorwärts. Eliminieren. Konsequent aktiv. Ich warte. Geht doch. Reparatur läuft. Feindliche Wartes in Sicht. Sammler wird angegriffen. Ausbildung. Unzureichende Mittel. Oh shit. Auf zu den Kristallen. Was macht mein Sammler da oben? Ich kann sie hören. Ich bin komplett bescheuert. Stealth Einheit da auch auf die Grundverschließung wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Gebäude verkauft. Die Bruderschaft vertraut mir. Oh, sehr gut. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich stelle mich mal vor. Einheit geborgen. Gebäude verkauft. Die Bruderschaft vertraut mir. Verstehe. Oh, sehr gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Es kann es so knacken. Einheit wird angegriffen. Räumen wir auf. Feindliche Einheit in Sicht. Hat es noch den mit dem Flammenwerfer wieder freigeschalten, aber... Na ja. Ist vorbei. Oh, wie soll ich das denn machen? Soll ich... Ich habe das doch früher auch immer geschafft. Empfange Nachricht. Übernehmen Sie... Vollidiot. Laden. Experiment laden. Ja, ist mir klar, dass es verloren geht. Es ist mir klar, dass es verloren geht. Ich verstehe das schon. Das weiß ich schon. Das passt schon so. Ich würde es nicht machen. Erobern oder zerstören Sie den Tempel von Nord und Giniens. Okay, dann machen wir es so, dass wir einfach... Ah, ich will schon wieder mit WSAT bewegen. Dass wir einfach so schnell wie möglich den Tempel ausschalten. Dann scheiße ich auf den Rest, anders kannst du mich wirklich rein auf den Tempel. Bonus-Ziel. Ziel wählen. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Und sie reichen in mir. Vertigo. Tick-Tick-OK. Bau abgeschlossen. Ferne. Die Lüfterwähl machen jetzt schon tatsächlich ein paar Sorgen. Aber naja... Ich habe keine Zelle mehr, irgendeine Monsterarmee auszuheben dieses Mal. Das r primeiro ist rein. Auf scheint dauer alt5. né? Verertas auf Abgebrochen. Kampfsequenz aktiv. Willst du mich ziemlich eigentlich verarschen? Ich war schon wesentlich länger in Flammenwerferreich heute. Na super. Stealth-Einheit geordnet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Vertigo. Systemcheck okay. Feindliche Einheit. Arbeiten wir zusammen. Ich hoffe, dass ich da heilt rüberkomme. Was? Stealth-Einheit geordnet. Ich kann Ihnen helfen. Bau unterbrochen. Abhilfe. Kann ich irgendwie helfen? Transport unterwegs. Arbeiten wir zusammen. Carry all ist unterwegs. Jetzt bin ich gespannt, komme ich halt durch oder nicht? Feindliche Einheiten in Sicht. Wenn dann ist Scheiße. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Basis in Sicht. Und da unten müsste ich noch mal Luftgewehr. Stealth-Panzer. Ich warte. Stealth-Einheit geordnet. Ausbegeben. Stealth-System okay. Avatar. Ziel bestimmt. Ernst zuft. Vertigo. Stützpunkt okay. Tiberiumfeld abgebaut. Sammler wird angegriffen. Schon unterwegs. Betriebsbeleitung. Einheit wird angegriffen. Kommando zentralen verloren. Yay. Vertigo Bomber. Untertitelung des ZDF, 2020